Stellen wir uns die Situation praktisch vor, wir gehen ins Reisebüro, wir wollen verreisen. Und es kristallisieren sich zwei Orte heraus, Ort A, Ort B, um das Beispiel einfach zu halten. Wir fragen die nette Dame im Reisebüro nach der Durchschnittstemperatur. Bei Ort A und Ort B. Und sie sagt uns 10 Grad. Rechnen Sie es nach. 10 Grad. Und zwar bei beiden Orten. Wissen wir jetzt, was wir einpacken müssen, Pullover und so weiter? Antwort, nein. Wir müssen also die zweite Frage stellen, nämlich, und wie ist die Streuung? Dann werden wir möglicherweise aus dem Reisebüro rausfliegen, weil wir nicht verstanden werden. Aber wir brauchen diese zweite Frage, weil es bei beiden Orten 10 Grad sind im arithmetischen Mittelwert. Wir müssen also jetzt zwingend etwas wissen darüber, ob die Einzelwerte dicht bei den 10 Grad liegen oder ob es in die Extreme geht. Das heißt, ein Mittelwert kann, um ernst genommen zu werden, immer nur auftreten, zusammen mit einem Streuungsmaß. Sehen Sie das? Denn hier tritt 2 mal 10 Grad auf. Und doch, wir sehen es ja schon, weil wir die Einzelwerte im Gegensatz zu uns im Reisebüro ja sehen, sehen wir, es ist doch ein Unterschied. Ja, bei dem Ort B reicht ganz normale Durchschnittskleidung und bei dem anderen müssen wir doch ein Pullover einpacken, weil es extremer, kühl werden kann oder kühler werden kann und auch heißer werden kann. Wir berechnen also ein Streuungsmaß und das berühmteste Streuungsmaß, das es da überhaupt gibt, ist die Varianz. Und jetzt kommt die Idee, wie wäre es denn, wenn wir die Abstände der Einzelwerte zum Mittelwert berechnen und daraus das arithmetische Mittel? Wäre das nicht eine gute Idee? Okay, das heißt, wir haben ja bei einer breiteren Streuung größere Abstände der Einzelwerte zum Mittelwert und bei einer geringen Streuung kleinere Abstände. Wie wäre es also, wenn wir die Abstände messen, der Einzelwerte zum Mittelwert und daraus den Durchschnittsbilden? Wäre ja mal eine Idee. Versuchen wir das mal. Nehmen wir mal Ort A, der Bruchstrich, haben wir den schon oder sonst ziehen wir ihn und wir schreiben mal hin die drei Abstände. Die drei Abstände sind in Klammern 1 minus 10, 10 ist der Mittelwert, 1 ist der aktuelle Einzelwert, also 1 minus 10 in Klammern, plus Klammer auf 21 minus 10, plus 8 minus 10. Was haben Sie jetzt im Zähler stehen? Drei Abstände. Einverstanden? Und was steht im Nenner? Drei, weil es drei Abstände sind. So, wenn wir das jetzt ausrechneten, käme was raus? Ja, Sie können es rechnen, Sie können aber auch vorher überlegen oder ich sage es Ihnen. Da kommt Null raus. Warum? Weil die Abstände in die eine Richtung gehen. Ich bin der Mittelwert, ist einmal der Abstand nach da und einmal gibt es den Abstand nach da. Und da ich ein Mittelwert bin, gleicht sich das aus. Das heißt, das ist Null. Das führt uns also nicht weiter, obwohl die Idee ja ganz gut war. Das arithmetische Mittel der Abstände zu berechnen, ist ja eine ganz gute Idee. Wir haben jetzt nur ein Problem, da kommt Null raus. Und wie lösen wir das Problem? Wir quadrieren die Abstände. Wir quadrieren die Abstände. Das heißt, machen Sie einfach ein Hoch 2. Sie haben 1 minus 10 in Klammern da schon stehen, jetzt rechnen Sie Hoch 2. Sie haben 21 minus 10 dort schon stehen, jetzt rechnen Sie Hoch 2. Sie nehmen die Abstände aber quadriert und erhalten die Varianz. Sie nehmen die Abstände aber quadriert und erhalten die Abstände.